Ich habe eine neue Idee für dieses iMap von Apple. Und zwar, wenn man beim Auto praktisch einen Surfer, einen Internet-Surfer aufbaut, und über den Explorer des iMap und Fireless, kann man dann kommunizieren mit dem Auto, dass ich z.B. dann per Knopfdruck oder per Sprache, über Bluetooth drauf, mein Handy bedienen oder meine Anlage oder lauter Leiser, dann lasse ich Scheibenwäsche anmachen aus, nichts an-aus, Spiegelrecht nehmen, alles was halt wirklich erstmal so ist zu steuern, auch über die Elektronik, und dann aber auch zusätzliche Akzoren einbauen vielleicht, sodass das komplette Auto dann über das Internet steuern, was halt da steuerbar ist und dann auch mal erlaubt ist.